Jünger Mann, auf ein Wort. Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich hab auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du ne Jungfrau in Not zur Hilfe, oder? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, na, hübscher. Sei nicht frech. Ich hab Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Und was habe ich davon? Ich geb dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen hab. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Ich kann den Happen vertragen. Geht's dir gut? Ist das dein Ernst? Gott sei mit dir. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Geht's dir gut. Geht's dir gut.